Hallo Deutschli! Herzlich Willkommen zu einem neuen Reaction Video zusammen mit Hikaru. Gucken wir uns jetzt drei selbe Schalina an und zwar ist es Zera und Popo und Nutschi, weil ich es richtig ausgesprochen habe. Da bin ich schon mal gespannt. Ich bin gespannt. Fangen wir auch an mit Zera Dosore. Wurde mir empfohlen. Ich dachte mir, gucken wir uns mal an. Drei Millionen Klicks. Let's go! Eine weiße Rose. Die brennt. Die Stimme ist heftig. Jaaa. So viele Menschen haben so schöne Stimme. Wir brauchen heute keine schöne Stimme. Stimmt, sehr schöne Stimme. Stimme. Bestes überhaupt. Toll. Krass. Er hat ja gar nicht gedacht, was jetzt soll. Er hat mal diesen Schock. Alter, Schock des Lebens. Ich hatte echt auf Deutsch. Krass. Ich wurde nicht vorgewarnt. Dankeschön. Ja, das war... Ach, den Python. Oh, kurzes Video. Schön. Mit Überraschungseffekt. Ja, das war kurz und knackig. So schön, wie man sagt. Ja, okay. Jetzt gehen wir noch rüber zu Popov Ragani. Ich weiß, dass Popov für Voyage und Bresquiza produziert hat oft. Bin jetzt gespannt, wie er selbst Solo so ist. Wieder zwei Minuten, oder? Voll danach rein. Ja, jetzt sind wir jetzt in Weiss. Also werden sie schreien. Also werden sehen Sie die Opfer. Ja, ja, ja. Okay, wir sind die. Okay, ist der. Okay, das ist der. Bist du das? Ja. Ja. Das sieht richtig geil aus. Milova. Keine Ahnung so weit ist das? Nein. Das ist richtig geil. Ja. Die Frauen sind sehr, sehr, sehr gut. So jetzt wieder hat er hat er hat. Ja. Bei der Musik bin ich auch an der Stange abgeht. Ja. Oh die Wunderlampe. Alles klar. Das habe ich nicht gechillert. Boah als Genie. Auch nice. Ja. Interessant. Jetzt gehen wir zum nächsten. Wrum. Hat schon 12 Millionen Klicks. Hab die auch sehr oft vorgeschlagen gehabt. Zwei Minuten. Alle drei richtig so zwei Minuten. Ja. Also das Lied war oft sehr lange Platz eins in den Trends. Im Balkan. Mal gucken. Hähem. Was ist das? Huh? Wo好像 immer noch nicht ein paar Klicko. Oder? Er... Nein. Ja. Es gibt immer noch die Socke. Das war ein sehr schönes T-Shirt. Das war ein sehr schönes T-Shirt. Das war ein sehr schönes T-Shirt. Das war ein hart. Klang zu den Autos. Ja, das war ein hart. Das war ein Herz. Auf jeden Fall krasse Stimme, ey. Alexa, stopp. Ja, das waren jetzt alle drei Lieder. Nice. Alle gingen so Richtung Rap mit den nicen Beats. Das mit Serra hat mich am meisten so überrascht, vor allem die im deutschen Partei. Ey, ich schaute auf einmal so deutsch an. Hat mich dann irgendwie an Hover erinnert, die ja auch so deutsch und dann bosnisch einen Teil hat. War echt cool. Auf jeden Fall, falls ihr weitere Vorschläge habt, könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben. Wird mich sehr interessieren. Ja, falls euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da. Abonniert nicht vergessen. Dann sage ich auch Dankeschön fürs Zuschauen. Stay safe, stay healthy und bis zum nächsten Video. Bye, bye. bei einem Bis zum nächsten Mal.